Hey? Hey? Hallo? Oh, die Mitte habe ich voll gemacht, scheiße. Die Wäsche ist leer, wie schade. Jetzt sind wir natürlich hier hinter. Gibt das hier denn nicht? Da. Brauchst Kellerschlüsse. Ist doch... Was für Kellerschlüsse? Ist doch kein Keller. Wie groß ist das Haus denn? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir nehmen da 10 Wege und nochmal hier lang. Okay, das sieht aber Baustellemäßig aus. Wo bin ich denn hier? Warte, da sehe ich das erst mal. Wie ist denn hier vor die Baustelle? Ich glaube nicht, dass es ein Keller ist. Sehr dubios. Wieviel Leuten soll das... Für wieviele Leute soll das sein hier? Also... Ja... Ja... Kann man ein großes Bier? Ah, die Masche. Aber ich muss das... Kann ich das in Metall auch... Aha. Wir haben einfach... Fallen lassen. Ich weiß nicht, wofür wir... Tassen brauchen. Hier ist doch die Wäsche. Wofür kommt eine Cutscene? Wofür kommt eine Cutscene? Hallo? So... So, das war der Schlüssel für Garage. Ja, lagern, ne? Natürlich. Speichern ist immer gut. Speichern ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das beruhigt nummer ein. Was ist hier passiert? Hey. Ich stelle hier wieder auf. Lass sie durchkommen. Deswegen. Erstmal das hier. Dann... Ah! Jetzt haben wir alle eine Abkürzung. Jetzt kommen wir hier auch durch. Jo! So führt alles zusammen. Beste. Okay, jetzt ist einfach ein Schrank. Oh, warte mal. Hier kommen wir. Hey? Ja, hier kommen wir. Das ist der... Das ist der... Das ist der... Der Keller. Aber das ist zu dunkel. Ich verstehe aber nicht, wo ist denn eigentlich denn? Ich gehe... Hier nochmal lang. Oh nein, ist das hier? Die waren wir noch nicht, ne? Der ist woanders. Die sind safe. Es gibt keinen Hinweis darauf, welche Schlüsse hier passt. Kann man das irgendwie... Gucken. Flösch. Probieren geht über studieren. Flösch. Ja. Ja. Man weiß ja nie, wie gerade Schlüsse passt hier auch auf... Äh, Kellerschlüsse passt hier auch auf... Äh, Kellerschlüsse passt hier auch auf... Es ist nochmal Schlüsse. Keine Ahnung warum. Was macht die? Wie? Wieso nimmt die Tablette, wenn ich mich da aufsetze? Wer sind die Leute? Die Erde. Junge, was ist das für ein Riesenpalast hier wieder? Wahnsinn. Hier waren wir ja bald schon. Ich habe alles erforscht, aber... Scheiße, die Werte-Vibration. Ich verstehe es leider nicht. Wo die Hübsche... den sich rumtreibt. Wahrscheinlich irgendwo... Ja, wahrscheinlich... Komm, wir gehen mal in die Garage gucken. Vielleicht ist... Aber in die Garage... Nach Garage sieht das ja nicht aus. Wie geht es eigentlich hier dann? Kann man den Ding zwar weg stellen, wenn man da durchkommen kann? Warte mal... Gibt ja auch noch ne Möglichkeit. Ja, ok. Ja, man hat das auch offen. Aber schon, das ist gut, dass es keine Verstecker gibt. Sondern, äh, ne? Heißt, wir müssen nicht... Können einfach nicht zu sterben. Das ist jetzt nutzlos. Was ist nutzlos? He? Ok. Hat er sich mit Tabletten... äh, pfeift? Oder... Die leere Dose weggeworfen. Ich verstehe es nicht. Komm, wir gehen mal in den Keller. Sind auch irgendwo Mäuse? Oh, Kerzen. Oh. Boah. Aber was ist das für ein Keller? Junge. Ja, komm. So, ist das keine Lichtleiter? Muss ich schon sagen, was macht der Lichtleiter ganz unten? Ja, das muss doch irgendwo... Hä? Wird sich verarschen. Mal gucken. Wo ist denn das? Da ist ja auch irgendein Auge, ne? Im Holz. Komm, wir gehen zur Garage. Pfff... Da ist ein Auge, der Garage war da. Die Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Was ist die Tür? Der Schlüssel. So, jetzt nochmal die Garage. Können wir da rein? Und jetzt? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir zwei Dosen. Jetzt können wir wieder rasseln. Ich brauche Kerzen. Wo gibt es denn hier Kerzen? Ist das ein Dachboden? Oh, was ist das hier? Oh, noch Glühbirne. Was ist das? Feuerzeug. Ja, das Kleinlichter wäre nicht, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur eine ganze Zeit. Ah, okay. Nice, nice. Ist da auch noch eine Glühbirne, falls mal eine ausgeht irgendwo. Auf Vorrat. Die lasse ich aber noch da. Garage, das habe ich. Wie groß kann ein Haus sein? Ah, da kam er doch raus. Gut. Ja, aber wo ist denn jetzt die Scheißstelle? Mit dem Grammophon. Ich habe das Grammophon selber auch noch nicht gesehen. Kerzen, warum keine Lampen? Schlüsse im Endeffekt, also da war noch ein Spiegel. Es war ein Spiegel hier bezeichnet, ne? Äh. Der Arm hat das ganze Haus so durchsucht. Bis auf da, wo immer geschlossen ist. Ein Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Aber wo soll der sein? Warte mal. Okay. Mitte ist null, ne? Ich brauche Kerzen. Gibt es denn hier Kerzen? Was ist das denn hier für ein Nebel? Normal, wo hat man überhaupt immer Kerzen? Im Wohnzimmer, ne? Hey. Hör auf, Alter. Jede Tür klemmt. Jede. Wie kann eine Tür klemmen? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Die sieht auch gruselig aus. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben ja das Feuerzeug, warte mal. Wir haben ja das Feuerzeug, warte mal. Wir haben ja das Feuerzeug, warte mal. Wir haben ja das Bild. Wir haben ja das Feuerzeug, warte mal. Wie groß ist das Haus denn? Wir haben ja das Feuerzeug. Wir haben ja das Feuerzeug. Die wir aufschließen sollten. Nein. Nein. Vielen Dank. Ich werde es bekloppt hier. Ah, so viel ist das hier zusammen. Ey, was für Spastis. Lass doch die Glampen an, alter. Verdammte Scheiße noch. Ich höre hier mal was. Ich höre mal was. Ach, nö. Ah, okay. Hier ist es das. Die war mir noch gar nicht. Die letzte Ecke. Genau die letzte Ecke, die wir noch gucken müssen. Was ist das hier? Ey. Hey. Da schaubt die hier drinnen, wer. Da schaubt die drinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist ekelhaft Komm, wir gehen Was ist mit diesem Rauschen? Oh nein, warte mal Ja, hier ist die Stelle Oh nein Was ist da rein? Was ist da? Oh, die Hände sind voll Okay Wir können schon Komm, wir gehen Zeichnung Mann, ey Wie gehe ich denn die Hände leer? Warte mal Oh, wir müssen auch schnell speichern Äh, ein Verhalten Fallen lassen Ah ja So, geht's auch Feierzeug ist leer Interessant Hier ist nix, ne? Bis hier lang Ich wollte mal der Spur Ach du Scheiße Rechts Oh nie, Digga Ich lauf rein Ich lauf einfach rein Ich kann nicht rein Ich war nur bis hier Komm Komm da Oh, weg ist die in die Wand rein Über Home Sweet Home Oh, ekliges Spiel Okay Geh durch Die Freunde halten Die juckt mich Die juckt mich nicht mehr Okay Okay Oh, so Kamera funktioniert nicht mehr. Kamera funktioniert nicht mehr. Kamera funktioniert nicht mehr. Hallo? Was muss ich denn hier machen? Hm. Vielen Dank. Hallo? Oh, ein Blitzsymbol. Okay. Das ist aber kein Spiegelsymbol. Wieso geht das denn nicht? Hä? Keine Ahnung, was jetzt, worum das nix mehr geht. Warte mal, ist das vielleicht der Schlüssel? Ja, sowas. Wie bin ich denn jetzt? Wieso höre ich die Eise jetzt wieder? Hä? Ich verstehe es nicht. Hat er sich gerne weggeworfen? Nee. Hä? Serious, gar nix mehr. Nicht verwendbar. Hä? Habe ich in die IT noch mal gehört? Ich habe keine Ahnung. Leider... Ich kann... Ja, okay. Ich weiß, wo der die Scheiße ist, aber... Ist es kaputt. Alles leer, maaaannn! Äh... Äh... Ey... Wir werden vor Angst hier... Crepieren. Oh! Was ist das? Das sind Dosen, oder? Ja... Verstehe ich schon, das zu verzieren, das hier nicht. Tja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich... Muss der aber mal gucken... Irgendwie ist das hier jetzt gerade... Blöd... Ich habe auch gedacht, dass das geplant wäre mit der Kamera, dass die leer ist, aber ich glaube, dass die ist wirklich leer, ne? Wir haben zu oft Wurzes gemacht. Naja... Woher weiß man denn das? Ich dachte, hier gibt es so unendlich... Naja... Haut rein, wir sehen uns dann beim nächsten Mal... Das war eine kurze Session... Um mal reinzukommen, um zu... Gucken, wie es ist... Äh... Wir werden aber dafür... Mal weiterzocken... Also bis jetzt so... Ja... Ist in Ordnung, ne? Kann man machen. Haut rein, bis dann! Tschau!